Ja, hallo, ich bin's Christoph. Ich war jetzt ca. 11.000 km mit der Honda Transalbe unterwegs und ich glaube, da kann ich jetzt schon ein bisschen was darüber berichten. Ich hoffe, das interessiert euch und ihr bleibt dran. Ja, schön, dass ihr noch dran seid. Ich war eben Richtung Portugal unterwegs, großteils mit schweren Gepäck, aber eben auch schon mit leichterem, so dass ich glaube, dass ich das gut einschätzen kann, wie eben meine Transalbe dasteht und ich hoffe, das bringt euch was. Ich würde sagen, dann fangen wir gleich einmal an und zwar würde ich diesmal starten einfach von vorne nach hinten und gleich einmal beim Vorderrad, beim 21-Zoll-Vorderrad. Ja, das Vorderrad ist nicht so dynamisch wie ein 17er, das macht schon das Konzept aus, das heißt, sie braucht ein bisschen mehr Druck in die Kurven, funktioniert schon, schnelle Wechselkurven mag es jetzt nicht so, kann auch am Reifen liegen, da habe ich jetzt eben nur den Dunlop Mixture drauf gehabt, kann ich jetzt nicht sagen, ob der andere vielleicht dynamischer ist, dass das dann da besser geht, aber in den Wechselkurven mit den Reifen, da ist eben nichts optimal. Es sind ja Schlauchreifen, sind jetzt Schlauchreifen besser oder schlechter als Schlauchlose? Ich kann es nicht sagen, natürlich ist es fein, wenn es Schlauchlos ist, dass man das dann direkt von außen ohne Reifen abzumontieren flicken kann, ja, mit dieser Hubel. Andererseits soll es so sein, wenn man Offroad unterwegs ist und man schlagt sich irgendwie ein Cut in die Felge, dass dann trotzdem der Schlauch eben noch haltet, also von daher schwer zu sagen, was besser ist, ist Geschmackssache meiner Meinung nach und ja, ist eben so. Ja, ich habe mal einen kleinen Schummelzettel gemacht, so dass ich diesmal nichts vergesse. Ich hoffe, ihr verzeiht das, wenn ich da kurz immer wieder drauf spick. Ja, Reifen, wenn ich sage, ist auch Offroad tauglich oder kann man mit dem Offroad fahren. Da hat der Wolf eh einen schönen Bericht gemacht, der hat ihn, glaube ich, als 80-20er Reifen oder irgendwie so in die Richtung eingeschätzt. Also das, was ich gefahren bin, also Schotterstraßen trocken, funktioniert wunderbar. Da gibt er auch ein bisschen Halt, also das funktioniert, hat für mich jetzt gut gepasst. Jetzt nach den 11.000 Kilometern ist er natürlich am Ende hinten. Vorne wird es noch ein bisschen gehen, aber die werden jetzt dann beide getauscht. Mal schauen, was kommt. Ja, wie er hinten schon ein bisschen platt gefahren war, da hat er dann auch Geräusche dann gemacht. Das heißt, wenn man leicht in Schräglage war, ab 120, 130, hat er dann ein bisschen hinten zum Singen angefangen, hat er zu klungern. Irgendwie, als wenn man auf der Autobahn einen LKW überholt und dieses Geräusch irgendwie, das heißt am Anfang so, man dachte, was kommt da jetzt? Bis ich draufgekommen bin, okay, das ist der Reifen. Ist mir aber am Anfang nicht aufgefallen, also es dürfte wirklich sein, weil die Kante da war. Aber ja, soviel eben zum Reifen und Fahrdynamik, wenn ich dann hochgehe zum Licht. Licht ist ja komplett LED. Bin auch ins Vergnügen gekommen, damit jetzt in der Nacht zu fahren. Vergnügen unter Anführungsstrichen, weil schön ist das ja nie. Aber ja, wie ich so in der Landstraße, wie es dunkel geworden ist, hinter Autos hergefahren bin, aber immer dachte, ich weiß nicht irgendwie, ob das so gut ist. Und es ist von der Helligkeit, von der Intensität, haben die Autos immer von hinten nach vorne gestrahlt, so dass ich dann eigentlich den Scheinwerfer schlecht gesehen habe. Aber wie ich dann einmal Freistraße gehabt habe, habe ich es dann eben einschätzen können. Es ist auf jeden Fall hell genug, also keine Sorge. Und es leuchtet auch schön breit aus. Wenn man das Fernlicht dazu schaltet, dann bleibt es eben seitlich. Das heißt, es leuchtet wirklich mit Fernlicht super aus. Kann ich jetzt eigentlich nichts Schlechtes gegen das Licht sagen. Das funktioniert. Blinker, da gibt es ja die Blinkerrückstellung, die sie drinnen hat. Hätte es meiner Meinung nach nicht unbedingt braucht. Ab und zu kommt es mir vor, dass er nicht zurückschaltet oder dann einfach noch drei, vier Mal nachblinkt, bis er abschaltet, wo ich dann eigentlich schon selber viel früher abdrehen würde. Wenn ich um die Kurve herum bin, brauche ich den Blinker nicht mehr. Er verwirrt dann vielleicht die andere Leute. Von denen her schalte ich meistens den Blinker noch per Hand ab. Ist natürlich schön, wenn man mal vergessen würde und ergreift, dass dann abgeschalten ist. Also von dem her ist es schon okay, dass drauf ist. Zwingend braucht hätte ich es eben nicht. Wenn ich aufs Display gehe, Display ist gut ablesbar. Kann man jetzt nichts sagen. Es hat so eine Helligkeitssensor drinnen. Das heißt, bei so einem Untergang, Aufgang, wenn es um Mischlicht ist, da regelt es relativ schnell oder stark nach immer wieder, wenn man dann in den Schatten reinkommt und wieder raus. Und es ist so ganz leicht, nur die Lichtverhältnisse, wenn man in diesem Bereich ist. Und das lenkt dann ein Auge ein bisschen ab. Das heißt, wenn man fährt, dann sieht man immer, es ist heller geworden. Was war das? Bis ich eben draufgekommen bin, okay, der regelt nach. Ist ein bisschen störend, finde ich. Aber man kann es bestimmt abstellen. Ich habe jetzt nicht geschaut. Also dass man sagt, man hat nur Tagmod oder den normalen Tageslicht. Aber eigentlich will ich es ja, das wechselt. Also muss ich wohl damit leben, dass es dann ab und zu genau in diesen Mischverhältnissen flackert. Ja, so lange ist ja diese Zeit nicht, dass die Sonne gerade untergeht. Also von dem her ist es okay. Von der Anzeige ist mir nur aufgefallen, wollte ich erwähnen. Von der Anzeige kann man unten relativ viel konfigurieren, was man sich anzeigen lässt. Also die Gesamtkilometer, Kilometer A, B, davon den Durchschnitt, Verbrauchsdurchschnitt von beiden. Man kann die Drehzahl, was ein bisschen unnötig ist zum Einstellen, meiner Meinung nach, ist die Gasgriffstellung in Grad. Kostet der Firma wahrscheinlich nichts zum Programmieren, weil die brauchen es ja sowieso fürs elektronische Gas. Das heißt, kann man mit reinnehmen, wozu man das braucht. Ob ich jetzt 10, 20 Grad den Gasgriff dreht habe oder nicht, wüsste ich nicht, wozu man es bei dem Bike braucht. Aber es ist halt drinnen. In dem Zusammenhang, was mir aber fehlt, ist auch schon öfter begrittelt worden, ist wirklich der Temperatursensor. Den hat sie eben nicht. Das heißt, der wäre mir eigentlich viel lieber als jetzt eine Blinkerrückstellung oder eben Gasgriffstellung, obwohl die halt in der Programmierung wahrscheinlich nichts kostet hat. Aber ja, Temperatursensor fehlt mir wirklich, weil wenn man in der Früh aufsteigt und man einfach wissen will, wie warm unter Anführungsstrichen kalt ist es jetzt oder man ist irgendwo in der Stadt drinnen. Man fährt in einen Tal hinein und möchte wissen, wie viel hat es denn da jetzt eigentlich abgesenkt in den Grad. Das heißt, gerade so jetzt bei den Zeiten noch im Herbst, wenn man fährt und es hat dann vielleicht 12 Grad in der Sonne und fährt dann irgendwo in einen Tal rein, hat es auf einmal 6 Grad. Dann finde ich das schön, wenn man direkt am Moped nachschauen kann. Auch gerade, wenn man auf Reisen ist. Also das ist ein Feature, das man doch unterschätzen kann. Aber was ich halt schon recht gern habe, fehlt halt leider. Der zweite Kritikpunkt, der halt auch immer wieder gesagt wird, der fehlt, ist der Tempomat. Ja, ist eine Reisemaschine und auf langen Etappen ist er praktisch. Weiß nicht, warum man nicht das Zubehör dazu gibt. Ist bei der V-Strom 800T ja das Gleiche. Die bieten den genauso nicht an. Dann wollen sie sich wahrscheinlich irgendwie absetzen zu den Größeren. Also man sagt, man soll doch zu Größeren greifen. Aber ja, ist meiner Meinung nach trotzdem ein Fehler. Wenn man haben will, dann sollte man den auch kriegen können. Und technisch ist ja kein Problem, weil sie haben ja alles, was man dafür braucht, dass man da einen Tempomaten reinbringen könnte. Wenn ich dann runter zur Bedienung komme. Bedienung funktioniert gut. Ganz intuitiv war es am Anfang nicht. Das heißt, wenn man jetzt Tageskilometer zurückzielen, zurücksetzen möchte, muss man eben lange auf den Function-Button drücken und dann lange auf den Knopf hinauf und dann wieder den Function raus. Wenn man es weiß, ist es kein Problem. Funktioniert. Und so ins Menü hinein und so, da ist es gar kein Problem. Das passt. Schalteranordnung. Ja, Honda typisch ist, dass Blinker und Hupe verdreht ist. Aber da gewöhnt man sich eh schnell dran. Und auch das Fernlicht ist mit dem Zeigefinger quasi zum Hoch und Runter. Der ist nicht vorne zum Drücken, sondern eben oben. Ist ein bisschen Gewöhnung, aber es funktioniert schon. Also das passt. Die Hebel sind nicht einstellbar. Ich finde, also es passt für mich, aber ich finde, der Kupplungshebel ist schon eher weiter vorne. Also mit kleinen Händen könnte es ein Problem sein. Aber für mich funktioniert es. Es war ein bisschen Umstellung, weil die Kupplung halt relativ spät beim hinteren Ende kommt. Die Spiegel bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also man sieht nach hinten, sie vibrieren nicht. Das passt. Was ein bisschen seltsam halt für mich ist. Ich habe da die Actioncam-Halterung für die Insta. Und wenn man da jetzt dann noch den Stick hat, ist das so, dass man eigentlich immer umgreifen muss, wenn man vorne kann. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Motorrädern war. Da ist mir das nie so störend aufgefallen. Da hat es eigentlich immer gepasst. Da muss man halt wirklich umgreifen. Ja, ist ein Problem, das ich habe. Wird jetzt die andere wahrscheinlich nicht tangieren. Aber ja, wollte es halt einfach erwähnen. Und genauso, wenn es über Nacht geregnet hat und man stellt das Moped auf, ist es so, dass beim rechten Spiegel Wasser rausrinnt. Das habe ich dann in der Werkstatt nochmal nachgefragt. Ist mir gesagt worden, das ist bei Honda so normal. Die Spiegel sind überall verbaut. Ist so, gibt auch keine Probleme. Ich hoffe, es gibt auch wirklich keine Probleme. Ich habe da einfach die Sorge gehabt, wenn das Wasser drin steht und über Nacht friert, dass das vielleicht für den Spiegel nicht optimal ist. Ja, dann mache ich gleich wieder mal einen schnellen Blick. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ich mag jetzt eigentlich nichts vergessen. Ja, genau, das Windschild. Windschild, da habe ich das Standardwindschild drauf. Das ist ein guter Kompromiss meiner Meinung nach. Ich habe keine Verwirbelungen am Helm. Ich bin 1,78 Meter groß. Ja, wenn es heiß ist, kommt eben doch noch gut Luft zum Körper, sodass gekühlt ist. Aber es nimmt doch schon einiges weg. Das heißt, es ist eben ein Kompromiss. Im Winter wäre es natürlich besser, wenn es größer ist. Im Sommer wäre es besser, wenn es kleiner ist. Aber es funktioniert und passt meiner Meinung nach recht gut. Gut, dann, wenn wir von vorne nach hinten weitergehen, dann hätte ich eventuell ja genau die Ergonomie, wenn wir schon vorher beim Lenker waren. Lenker ist eher hoch zum Sitzen. Das heißt, man hat die Hände eher oben, aber dadurch sack ich nicht zusammen beim längeren Fahren. Das heißt, ich sitze immer eher gerade und bin dadurch eigentlich entspannter. Auch stehend hat der Lenker für mich schön passt. Also das hat gut funktioniert. Er braucht eben mehr Druck. Das habe ich gesagt, dass das bei den Kurvenfahren halt mehr Druck braucht. Aber so wie er ist, passt er eigentlich. Genau, dann zum Kniewinkel. Der Kniewinkel ist wirklich entspannt auf dem Bike. Da muss ich schauen, wie ich gut aufsteigen kann auf diesem Boden, dass da nichts passiert. Dass ich euch das ein bisschen zeigen kann. Also Kniewinkel, wenn man da zurückrutscht und den Fuß vorgibt, da hat man fast wirklich die 90 Grad. Also da sitzt man wirklich entspannt drauf und man kann sich da auch ein bisschen bewegen. Das heißt, wenn man vorgeht und dann auf dem Ballen steht, hat man schon ein bisschen aktivere Position, habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Und wie man sieht, mit 1,78 komme ich auch mit beiden Beinen sehr gut am Boden runter. Und mit dem leichten Gewicht in Verbindung ist das wirklich super. Das heißt, man hat einen guten Stand. Man fühlt sich sicher drauf, wenn es einmal ein bisschen schlechter der Boden wird. Man hat die Sicherheit einfach, dass man zur Not runterkommt und dann nicht das Bike leicht Übergewicht bekommt, sondern man hat einen guten Stand mit leichten Gewicht. Traut man da sich eben mehr zu. Und ja, das ist halt wirklich eine ihrer großen Stärken. Sie schenkt einfach Vertrauen, auch im Offroad. Und ich glaube, man kann damit richtig gut wachsen mit ihr. Dann würde ich sagen, kommen wir weiter zum Motor. Motor ist ja eher schon viel diskutiert worden, weil eben die Leistung erst oben anliegt. Ja, aber das weiß man ja vorher auch bei der Probefahrt, ob es für einen passt oder nicht. Ich finde, man kann damit Spaß haben. Also man kann dann auf den Sportmodus wechseln. Sie hat ja unterschiedliche Modi zum Einstellen. Ich habe jetzt den Rain-Modus und Quarrel-Mode nicht verwendet, weil ich schon in den Berichten auch gesehen habe, dass der Quarrel-Mode sehr defensiv sein soll. Und ich finde, dass eigentlich der Standard-Mode gut handelbar ist, sodass ich den jetzt nicht zwingend brauche. Und das Wetter war auch nicht so schlecht, dass ich jetzt sage, ich brauche unbedingt den Rain-Mode. Also das habe ich bis jetzt nicht gebraucht. Sport habe ich ausprobiert. Da ist so, dass der Griff viel direkter, viel früher schon greift. Und wenn man da die Drehzahl daneben so 5.000, 6.000 Touren haltet, dann marschiert sie auch schon wirklich ordentlich und macht Spaß. Und das war ja auch ein Grund, warum ich dann eben nicht die CW500X genommen habe. Die hat meiner Meinung nach in keiner Lebenslage so richtig einmal Spaß gemacht, dass man sagt, jetzt kann man es einmal ein bisschen fliegen lassen. Und das geht mit diesen 92 PS auf jeden Fall und funktioniert. Was ich dann noch ansprechen möchte, manchmal bei Langsamfahrt ist ein KC ab und zu seinen kleinen Rucker drinnen. Ich habe dann noch einen Bericht dazu gesehen, also einen YouTube-Kanal gesehen, wo es geheißen hat, ja, dass sie ruckelt. Daraufhin habe ich mich dann eben ein bisschen drauf versteift und einmal dachte, ich weiß nicht, sie ruckelt die ganze Zeit. Und wie auch immer, dann wollte ich es eigentlich nachstellen, dass ich euch das zeigen kann. Und habe es beim Nachstellen jetzt gar nicht wirklich zusammengebracht, dass ich das euch zeigen könnte. Und demnach würde ich sagen, habe ich mich da ein bisschen selber reingesteigert. Weil, ja, wenn ich es nicht nachstellen kann, dann wird es nicht das große Problem sein. Ab und zu ist ein kleiner Rucker drin. Das hat es eben eher bei Langsamfahrt, das auffällt. Das heißt, das ist eher so, wenn es zwischen Last und Schubbetrieb wechselt, dass dann immer wieder kurz einmal ein Gasstoß kommt, mehr oder weniger. Obwohl man halt den Gasgriff im Winkel auf der gleichen Position hat. Also man dreht nicht am Gasgriff und es kommt trotzdem so ein kleiner Schub. Kann, wenn man jetzt im Stau steht und nicht wirklich vorkommt, weil Koffer oder wie auch immer, kann das halt recht ungut sein, weil man dann halt mehr Kupplungsspiel braucht. Aber, ja, wollte ich einfach nur erwähnen, das ist, ist okay. Da bin ich halt vom Vierzylinder wahrscheinlich ein bisschen verwöhnt. Da kenne ich sowas natürlich nicht. Aber, ja, es ist in Ordnung. Könnt ihr selber ausprobieren und schauen, ob euch das passt oder nicht. Zum Verbrauch bin ich jetzt dann eben schon bei Herbstwetter eher gemütlich, gemütlich gefahren und bin da auf 3,6 Liter, glaube ich, gekommen. Errechnet, nein, es waren 3,8. 3,8 bin ich gefahren und der Tacho hat aber errechnet 4 Liter anzeigt. Und über die Autobahn in Österreich, das heißt, schon mit Flottererfahrt auch dabei, war ich dann auf 5,4 und da hat es auch 5,6. Das heißt, sie zeigt ein bisschen mehr an, als was es wirklich braucht, wenn man es durchrechnet. Und ich finde, wenn man jetzt 3,8 Liter mit gemütlicher Landstraßen fährt, Mix halt fährt, dann finde ich das wirklich okay. Also ich bin, bis zur Tankanzeige kommt man so 300 Kilometer in etwa. Wenn man dann hochrechnet, müssten sich wahrscheinlich sogar 370 ausgehen und das ist auf jeden Fall ausreichend, meiner Meinung nach. Also das passt schon recht gut. Ja, zum Sitz her. Da ist ja von 1000 PS, hat Gregor gemeint, dass der für ihn sich irgendwie durchsitzt. Deswegen hat er da das Tune-Up von SWM Otech draufgegeben. Kann ich so nicht bestätigen. Also durchgesessen bin ich nie. Am Anfang ist er mal eher auf der harten Seite vorkommen, aber dadurch, dass Federung und so weich ist, ich habe da eigentlich nie Probleme gehabt. Also ich bin dann auch mal eine 10 Stunden am Tag rumgefahren, mehr oder weniger. Und das hat funktioniert. Also da ist jetzt nichts positiv herausragend oder schlecht. Das heißt, das passt schon recht gut. Und dann würde ich sagen, zum Schluss gehe ich da noch auf die Feder ein. Das hat sich ja jetzt anscheinend erübrigt mit dem 2025er Modell, weil sie ja die hintere Feder da verändert haben und auch straffer gemacht haben sollen. Kann ich eben nicht sagen, bin ich nicht gefahren. Was ich sagen kann, ist, dass die Feder schon zu weich ist, wenn man Gepäck drauf hat. Das heißt, mit vollem Gepäck bin ich mal losgefahren, ohne die Federvorspannung zu erhöhen. Und da war es eigentlich nicht fahrbar, so dass ich gleich beim ersten Stopp eigentlich raus und gleich einmal die Federvorspannung erhöht habe. Ist im Bordwerkzeug auch dabei. Das heißt, das ist kein Problem. Ich habe es da am Hauptständer gestellt und das ist auch gleich gegangen. Also das funktioniert schon zum Hochdrehen. Und wie es dann oben war, ist dann auch wieder richtig gelegen. Und man hat dann auch wieder schön Kurven fahren können, was eben davor nicht war, weil es so hinten drinnen gehangen ist. Das möchte ich aber nicht begritteln, wenn man es jetzt nicht richtig einstellt, dass es dann schlecht geht. Sondern nur, man muss es sich eben auch einstellen. Es hat dann einen Großteil gepasst. Was aber schon war, bei Flotter Landstraßenfahrt, so bei 120, wenn dann Wellen dran sind, dann hat es eben angefangen, sich aufzuschaukeln, so dass man dann halt wieder vom Gas gegangen ist. Dann hat es sich wieder beruhigt. Und auch in den Kurven war es eben unruhig, dass ich eher meinen Körper rausgegangen bin, wo es dann besser funktioniert hat. War eben bei Flotterfahrt, bei normaler Fahrt, wenn man so 80 gefahren ist, da hat es dann schon funktioniert. Aber bei Flotter eben nicht und auch bin dann so bis 170 mit Gepäck gefahren. Aber viel Flotter möchte man da eigentlich nicht fahren. Da wird es dann schon leicht unruhig und macht dann auch keinen Spaß mehr. Klar geht es dann auch auf 180 noch rauf oder vielleicht noch flotter. Ich habe es dann nicht probiert mit Gepäck. Das war dann ungut, aber so 150 würde ich sagen, kann man gemütlich fahren. Und wenn man dann überholen will, geht es bis 170 auch noch. Von dem her kann man da auch Autobahn-Etappen machen mit Gepäck, mit der Feder. Das geht schon. So durchgeschlagen hat es nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass mit der Feder irgendwer auf der leichtesten Stellung fährt. Das heißt, für mich hätte das Ganze einfach angehoben gehört, weil sie ja als Reisemotorrad konzipiert ist. Und dann eben auch Gepäck dabei hat. Und dafür ist sie meiner Meinung nach eben nicht richtig ausgelegt. Aber da haben sie jetzt nachgeschärft mit dem 25er. Das heißt, ein Jahr zu früh gekauft. Aber ich habe es ja braucht, unter Anführungsstrichen, für meine Reise. Und von daher ist es so, wie es ist. Man kann damit leben. Und in Wahrheit muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Es ist ja eins von den günstigsten Reiseentourer-Motorrädern quasi in dem Segment. Mit 11.000 in Österreich geradeaus, mehr oder weniger. Dann kann man auch noch in der Federung investieren. Und wenn man da die Federn noch rein investiert, dann fehlt eigentlich nur noch der Tempomat und der Temperatursensor. Und ja, man kann dann wirklich damit super auf Reisen gehen. Und es fehlt einem wirklich dann gar nichts. Also von dem her, muss ich sagen, ist wirklich ein tolles Bike. Sie ladet einfach ein, einfach in Offroad reinzufahren. So wie jetzt hier in der Früh die nasse Wiese mit den Wellen. Ich habe mich dann ein bisschen zurückrollen lassen mit der Vorderbremse. Ja, dann rutscht halt der Reifen, weil es nass ist und das Gewicht zieht. Aber es ist jetzt da keine Situation, wo man gleich nervös wird, weil man eben gut am Boden reinkommt. Und jetzt, wenn man irgendwo reinfährt und sieht so eine kleine Schotterstraße, dann fährt man einfach rauf und überlegt nicht. Also das ist halt der Riesenvorteil, dass sie einen einladet, da ein bisschen Offroad zu fahren, dass man da nicht eingeschränkt ist. Man kann auf der Autobahn auch gut fahren, der Windschutz passt natürlich nicht so flott wie auf anderen. Also mit einer Versys fährt man halt auf der Autobahn gemütlich 200, wenn es sein soll. Mit einer Ninja-Tausende sich sowieso, da ist das gar kein Problem, da geht es noch flotter. Aber dafür sind halt beide nicht so Offroad-tauglich. In Portugal habe ich Straßen gehabt, da bin ich ein Stück gefahren. Da bin ich unter einer Bahntrasse durchgefahren, wo es hinten raufgegangen ist mit groben Schotters. Es war zwar nur ein kleines Stück, aber da hätte ich mir dann eine Versys bestimmt geschwitzt. Da hat es das gemacht, da habe ich es geschafft, dass es rauf geht und dann auch ohne großen Malheur. Natürlich, ich bin kein Offroad-King, andere wären durchzogen und hochgefahren. Ich bin einmal stehen geblieben, habe geschaut, dann habe ich zu wenig Gas gegeben, ist mir abgestürzt und dann bin ich einfach hochgekommen. Ohne irgendwas. Und mit einer Versys, wenn ich da gestanden wäre, hinten schon blöd, zum Umdrehen blöd und nach vorne möchte man eigentlich damit nicht fahren, auch mit Gewicht. Wäre eine blöde Situation geworden. Mit einer Ninja-Tausende SX wäre es dann sowieso nicht gegangen. Die haben halt einfach andere Vorzüge, die sind zu einer anderen Art von Reisen perfekt. Also wenn man sagt, man möchte wirklich viel Langstrecke fahren, macht große Etappen. Also Iron Pad-mäßig, glaube ich, gibt es nicht viel Besseres als die Versys. Man kann da flott, zügig, gemütlich fahren. Eine Ninja-Tausende SX war für Schottland perfekt. Also da hat es dann schöne, langzogene Kurven gegeben, wo man wirklich flott hat fahren können. Und die ist halt einfach dynamisch ein Wahnsinn. Also für mich super zum Draufsitzen. Die macht halt wirklich Spaß. Und die Transalp ist halt in Wechselkurven nicht so gut. Sie kann nicht ganz so gut so schnell fahren. Aber dafür ist halt dann im Offroad-Bereich eine ganz andere Liga. Und ja, von dem her würde ich sagen, ist für mich auf jeden Fall jetzt das richtige Bike. Ich glaube, da kann ich noch viel Spaß damit haben. Und ich hoffe, euch hat mein Bericht jetzt was gebracht. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schenkt es mir gerne einen Daumen hoch. Und ja, ich würde sagen, wir hören sich dann wieder. Wenn Sie wissen wollt, wie meine Reise war, die kommt dann im Anschluss wahrscheinlich. Ich habe noch vor, dass ich noch einen Bericht mache von meinem Zubehör, das ich raufgeschnallt habe. Wenn euch das alles interessiert, dann abonniert gerne den Kanal, dass ihr es nicht verpasst. Und ich würde sagen, man sieht sich dann einfach wieder. Also, bis dann. Ciao.